Willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir suchen immer noch einen Mörder und eine ganze Menge anderes Zeug. Was haben wir denn hier? Okay. Mhm. Weißt du irgendwas? Boah. Hilfe. Was denn ein Name ist jetzt? Es ist da an deinem Hals. Oh Gott. Hm. Hm. Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up and I start to worry. But worrying feels bad and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Okay, das ist ja toll. Okay. Weißt du was du im Angebot hast. Hm. Ich muss weg. Die Frau macht mir Angst. Ich glaube nicht, dass ich einen Orchard gesehen habe. Ich meine, außerhalb des Miss McDevitts Garten. Kannst du dir mal gucken, wenn wir ein bisschen schauen? Ja, ich bin mir. Die Zeitlinie. Diese Fußbremse sind die Schäden, die vorhin analysiert wurde in der Grand Ballroom. Es gibt eine 110% Chance mit einem 10% Margin von Error, dass sie von Ruth Bellamy, die actressen als Halcyon Helen. Die drücken ist kurz. Alles klar. Ja, spiel. Uhu. Okay. 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 Das ist eigentlich immer nachzukommen. Okay. Der braucht das anscheinend nicht mehr. Okay. 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 Das. Eine? Okay. 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 Das stimmt. Sie war. Sie sicher machte für einige schöne Adverte. Vielleicht könnte es ein Problem mit der Launch Batch dann sein. Ich kann nicht richtig sagen. All ich weiß, ist, dass ein unserer Certified Tour Guides eine viel mehr Comprehensive Tour auf die Gründe, wäre das ihr Interesse. Das ist klar. Ich kann nicht sagen, dass ich habe. Wir benutzen schlechtes Batches von Liquor für unsere Pestizide. Nur die Exterminator Mechanicals sind rundherum hier. Und ich habe keine blöde Objekte gesehen, außerhalb des üblichen Paares der Gartenstelle. Unless... Das ist... Miss Helen wurde auch von Pollinization-Wosquitos getrunken. Sie war nicht, war sie? Das wäre ein sehr witziger Weg, um zu gehen. Stäubung? Pollinization von Killer-Wosquitos. In Didi. Es ist Cutting-Edge-Rizzo's-Technologie. Aber nicht worry, Valued Visitor. Our Pollinization cycles only run when the Orchards are empty. For safety reasons. Wenn ein Pollinization-Wosquitos finishes, oder ist aborted, all Wosquitos are biologically programmed to return to the Hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzo's would want is a beloved Tourist bumbling into the Hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the Hive by its big glimmering electric fencing. Alles klar. I do hope this pleasant conversation has made me useful to you. Rizzo's likes it when we're useful to customers. And I like anything Rizzo's likes. I can't stop you from poking around, but do be mindful of our pollinization hive. Wosquitos tend towards aggressive at the best of times. There's a reason why we keep him behind an electric fence, you know. Alles klar. Was haben wir denn hier? Congratulations Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Hammeth. Hm? What could that have been? Oh, you are in part now. You happiness? I can't hear you laughing. You never felt so damn good in my life. Stop it just. I just wanted to make you smile. No, not smile. You're more than good. I just want to be your friend. Alter. Hey, she's herself umgelegt. Dronesue the fight. Because she's or for these parasits befallen were. Time line discrepancy detected nearby. What have we denn here? Time line discrepancy detected nearby. Pistole 3.0. Jetzt bist du ein Plasma-Gewehr. Macht nicht unerheblich Schaden. Okay. Ich hole doch hier rein. Wir gucken uns erst mal einmal außen rum. Aha. Wer ist denn nun? What are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Bist du meine Ex-Frau? Are you my Ex-Wife? No. She fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances six years ago. Conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new, uh, groundskeeper? Hmm, I can't be it either, saying how the new one hasn't died yet. Just who are you? Okay, ich bin. I am blowing in the wind like a dandelion spore. Reminds me of myself back when I was a youngster. Though, you seem to have less spinal degeneration. Bleeding in hell. Standing up like this makes the body forget how stiff it gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. That's klar. Yes. I learned from Bycom. I learned from Bycom. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR and DD labs. Not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products heartier and sweeter. But for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native Trippicale with a foreign strain. Would have called it Hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the Wasp Kinos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? Alles klar, I'm sure that you're right. You'd be the first to. Everyone else just says, I got bark instead of a heart. They just don't understand me. Not like my plants do. Alles klar, auf Wiedersehen. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Geat so? Leer. Timeline. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Was in K осchen? T Clayton Sawa. What is? Sing Aye. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Be sher。 Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Gott. Weg. Oh. Gehen los. Ja. Ja. Wann haben wir denn hier Feines? Eine Roboterstation. Ich freue mich. Benutzerprotokoll erzeigen. Sicher Daten erzeigen. Stammverzeichnis. Genau. Ach so. Ach so. Ich kann mal das Plasmagewehr ausprobieren. Komm und hier erstmal dahin. Gut, hier ist nichts weiter. Ein Pseudoapfel. Haben wir denn hier? Das sind viele von diesen Freaks. Das ist gut. Ja, ich möchte das gern analysieren. Das ist bestimmt noch von einem anderen Quiz. Ja. 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 Na komm. Weg. Aber nicht. Mal gucken, was wir hier noch so schönes haben. Okay, haben wir. Das stimmt mit euch immer nicht. Können wir jetzt schon wieder verkaufen was? Können wir Waffen kaufen? Nee. Verkaufen. Wir brauchen Platz. Okay. Hier macht. Okay. Na komm, tek 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 tek. Die Rizzo mit der Erde Wie liebte Wie in Aether habt ihr in hier? Ihr seid nicht ein Rizzo-Authorizier. Oh, Void und alle. Was noch immer noch mal? Was ihr wollt? Geh mal kurz und schnell, wenn ihr möchtet. Du wissen, dass Halcyon Helen ist ein Charakter fiktor, vor der Zeit, Ruth Bellamy, ja? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel lacking security clearance level Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following of recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. Okay. What's on? Hmm. Yes. I suppose I should make myself useful. Let me think. Huh. I know. I can remotely unlock the supply closet in the lower levels of the lab. Perhaps you'll find some useful apparatus or two in them. Okay. Hmm. And lose my life's work? Want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No. I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. At least call it what it is, lady. This is gonna be a slaughter. Staff can be replaced, you know. Research data? Now that's invaluable. Okay. Oh, no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's. Focused primarily on the Spectrum Vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Okay. Ah, come. Call me a skeptic, but no. I don't believe it would be. Blue slips sink new product ships, you know? Okay, I guess this is a Vinta. Happily. Of course. Excellent. You have my gratitude and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. These people don't deserve to die, Captain. Let's try using the sedative. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. As long. Das hat sie aufgemacht. Memos, Memos. Verlassen. Bin ich angespannt, was uns hier erwartet. Bin ich jetzt alleine? Dann porten die sich einfach zu mir. Hallo. Ich bin verrückter. Guck mal einer an, wer da ist. Ja, das ist Geschichte. Erstmal alles mitschleppen. Hallo. Was haben wir denn da? Jetzt wird das aber nichts mit Backen. Haben sie auch mit ihren Rasenwürden. Energiekennisse. Haben wir nicht gekommen. Guten Tag. Bin der Inspektor. So viele Leichen. Wo geht's denn hier hin? Hier ist abgeschlossen. Locki hat irgendwer versucht, zurückzukommen. Oh mein Gott. Oh, die Typen haben wir mal einen Hover schießen da hinten. Ah, kommt schon. Bank mit dir. Ah ja. Komm schon. Weg. Du hast keine Erfahrungspunkte hier. Krieg'n riesen Batzenerfahrungspunkte aus hinterher. Nachrichten. Als ich hier lebend rauskomme, ne? Noch wer hier? Nö. Okay. Kann wo auch Zeichnung ansehen. Jo, alles klar. Hier waren wir schon. Was gibt's denn hier noch Feines zu sehen? Hier, Zeug. Weg. 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 Joa, und dann haben wir noch hier eine Berufszeichnung. Das ist ein bisschen. Hey. Hey. Was ist denn hier? Nicht doof. Muss ein nach oben, ja. Hier war die Tür zu. War ich mir jetzt so verlaufen? Was los? Die Tiere sind gerade wie eine Schnecke. Ja, das ist der Fahrstuhl. Ja, mach auf den Laden da. Ja, hallo. Die sind schon auf der anderen Seite. Sehr schön. Die Bilder öffnen. Die Laboren weiß man sich. Was haben wir denn hier? Nachrichten. Drück Dateien. Was haben wir denn hier? Die machen die eigentlich mal rausnehmen? Was haben wir denn hier? Timeline discrepancy detected nearby. Okay, gleich wieder suchen. Ja, Blutverlust ist das Opfers. Alles klar. Von der Umgebung. Keine Patronenhülsen. Yay. Na, vergessen wir es zu synchronisieren. Na, kommt schon. Die Tote und und. Alles klar. Gut. Wie es jetzt hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.